1, 2, 3 Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Und wir sind nicht alleine, sondern mit dem Shanks, hallo Hanks Und manche Leute haben gesagt, er ist ein bisschen lauter als ich Er ist aber ein bisschen lauter als ich, weil An ihn sonst nicht hören würde Er wäre dann viel zu leise Dann würden sich alle aufregen, erst zu leise Also mache ich ihn nieder zu laut Ich habe schon getestet, sollte mich wundern Ach, das ist okay Weil manche haben Kommentare bei mir geschrieben Das ist so, wäre deshalb viel zu laut Und ich habe ein bisschen vorbereitet, Leute Ich habe auch ein bisschen vorbereitet Ich habe richtig eine gute Idee für den Keller gefunden Machen auf jeden Fall eine Baufolge Kein Wurper Ja Das war es eigentlich Im Video Bis zum nächsten Mal Nein Ja, bis zum nächsten Mal Im Video So Wie mache ich das jetzt am besten? Also ich habe vorbereitet Also ich habe vorbereitet, dass Ich den Boden hier anders drin mache Denn in Alles in Dark Oakwood würde Scheiße aussehen Habe ich diese Holzart schön gefunden Falls ihr eine andere Holzart habt, die viel schöner aussieht Dann sagst du doch bitte Unter die Nummer 56106 Nein 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 So Wie tief bin ich jetzt unter dem Boden, wenn ich da jetzt ganz rum unten kipp ihn Ein 1 2 3 1 2 3 1 2 3 die höhe müsste passen bei der version 1.7.10 version im mycroft fuck das einfach ab wenn sich ein anderes fenster öffnet dass sich mycroft verkleinert mystery soll ich dir einen tipp geben was bei stone bricks besser aussieht was wenn du cobblestone zu schießt zu wie heißen die zu den detaillt cobblestone bricks die sie nachrichtig das ist cobblestone mega der hacker wieso ist nur ein schiesel ich habe mir aber den schiesel gechesselt er gechittert heißt da muss ich jetzt mache ich das jetzt am besten heiß aus mann alles klar alles klar mystery regt sich wieder auf aller wie in den aufnahmen heute ja dort auf jeden fall die scale was folgen auf wenn die mehr ausraster sehen wollte da bin ich schon ein bisschen manchmal aufgeregt also ja man kann es sehen man kann so sehr wie man will und man kann es anders sehen er hat den boden hier und die die lasse ich um krebs und ich bin kommst du mir was für euch haben jetzt schule schenks nicht hier ich hab noch so zwei oder drei wochen ich hab noch zwei drei wochen keine schule auch ich hasse es auch sagen können warte so so antivirenprogramm die aktiviert so jetzt kann ich wieder spielen sorry leute ich will gerade nicht mehr so wo hab ich wo war jetzt noch mal die mine wo ich die ganze zeit des abbaue die war doch irgendwo ach da hinten so ich bin ich mal alles so ich glaube ich mache mir eine flint pickaxe dann macht das sollte eigentlich auch mal alle mein ohr langsam anfangen zu schmelzen ja wir müssen noch werden bis stings die smithry aufgebaut hat mit schmelzen da bringt sich nämlich mehr so wo hab ich stehen habt ihr gut fliegt überhaupt ich hab nicht mal fliegt ich bin arm was mache ich hier ich bin ein armer schenks kann ich doch was fliegt machen alles soll es rein tun wohl oben sieht es auch mit normalem holz ohne schimmelzeug aus mein halbes haus ist irgendwie geschützt egal bei mir überhaupt nicht irgendwie ihr mit schon so wie die ohne schüsse blöcke sieht viel schöner aus mit meinem text und ja warum bei einem texturen pack werden einfach die mod blöcke in allem nicht geringst also kann ich mir schon vorstellen dass ich bin ja so inkompetent und fall in wasser rein wo war jetzt noch mal die höhle da wo ist meine abbauhöhle da frage ich habe mich jetzt gerade nicht da hinten gut hab mich verirrt hey weg ab wieder werbung ja ich brauche mehr fliehen ich glaube ich brauche so keine ahnung wie viel fliegt ich brauche auf jeden fall ich brauche ich mir jetzt erstmal sehr viel kürzer ab da und zack so und muss gar nicht so schön aussehen denke ich mal aber schon schön ja nicht reden muss nicht schön aussehen und geht auch niemand hin meinen keller in deinem keller liegt aber eine leiche jetzt nicht mehr soll da wieder eine liegen oder was mystery nein jetzt können wir nämlich oh nein ich mache hier mein ganzes haus kaputt mit dieser axt oh ich liebe sie ja dann kraft ja einfach eine andere axt habe ich ja auch nur da geht schneller ähm so dann brauchen wir hier so dann brauchen wir das hier gut jetzt brauche ich nochmal gerne picke eine flint pickaxe hat sogar gereicht nice und es fehlt etwas ja geil sagt offscreen meine ohrs linksen was bettchen beim bauern alles gern so ich mach mal das aus stein würde ich gerade wenn ich so richtig spieler an pgx zölk zölk genau für die rein rein wohl geht es ist klar egal leute kann ich habe kein krisen ich hab's gestern noch geschafft über das ist das willst du riesen drei plätze brise für was willst du briseln ich baue mein haus hier und da wird jetzt schneller da musst du da musst du mit beim haus bauen musst du briseln naja ach jetzt sehe ich in der höhle was wo ich abbau hey mit der geht es ja viel schneller als mit der steisen kommt mir halt vor so mystery hast du cobblestone ich ja du äh nein verdammt jetzt wird die zehn problematisch ich brauche koppel für meinen keller als ihr bock habt dass wir mit diesem projekt hier streams machen bleibt es doch in die kommentare ja wir könnten ja so feste streamzeiten festlegen ja es brägt so jetzt bauen wir das noch schnell ab aber da können wir auch noch ein bisschen mehr ab und danke so vielleicht leute ich muss mal kurz auf tag stellen mystery geht wir hätten einfach auch starten gehen können aber auch ja es ist genau das gleiche geht noch schneller da ist doch nicht so ich glaube denn die menge ansteigen müsste für das erste reich so so jetzt aber und und wieder haben wir mehr xp das müssen wir glaubt zu könnten Kinder und das funktioniert mit Band sind doch dann die Kilder er kommt das doch mal so hat mich jetzt schon um ums Dach gekümmert ich kann es sich jetzt schütteln so ich muss auch verglichen das ist zu schießen ein Haus wird ja schmarr welcher ist mit Leben die jungen einst du meinst nicht wenn man bei meinem Haus mal rein sieht man erst wie klein das überhaupt dies aussieht viel größer aus muss man wirklich zugeben er wurde von der Seite nicht ja von der Seite sieht es auch richtig schmal aus aber von vorne das kann ich euch sagen vorne wollte ich hier auch noch so ein Vordach bauen habe ich ganz vergessen wie lange wollten wir eigentlich die Folge noch mal halten ja komm machen wir noch Koppel 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 ähm das 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 den Boden im Keller muss man nachsehen gibt es da noch irgendeine schöne Tisselart das da verbindet sich das ja das benutzen wir euch wahrscheinlich als Boden so nochmal die Koppel platzieren und und Mystery wie sieht es bei dir so aus gerade finde ich es gar nicht mal so schlecht ich komme mal zu dir und siehs mir an ja ich komme mal zu dir und du oder komm mit Gott zu dir du machst das wird den Bogen ja das wird so Bogen und dann Balkon darüber mache ich dann noch irgendwas und ich bin hoch sind der Verschöderung Bogen in kurz ich probieren weiß nicht ob ich jetzt mit dem Komma bitte mit dem Holz mit dem Holz damit dem Holz oder mit dem Holz machen soll ich würde hierfür eigentlich das helle Holz benutzen das ok das gut ach ja das würde ich hier nochmal machen das nehmen wir das nehmen wir das nehmen wir auch so so wir bauen ich baue noch den Balkon weiter fertig dann würde ich es angewenden ja ich habe dein Keller verschönert ja geil mir gefällt das mir gefällt der wie heißt der deko kraft mod damit kann man so richtig viel scheiße so der den ständigen er womatt macht man noch mal dieser was dieser zäune wie macht man die ganz normale zäune oder was gleich wie eine traptor nur mit sticks das ist das ist das mache ich jetzt sein weil ich habe auch gedacht aber wir sind nicht bei 1.8 anderes ach so was ich hier gerade nach wie ich das jetzt ist ein paar wir sind jetzt bei 17 minuten muss ich hier was kraften kann ich an der seite nicht schütteln das ist der kippen und zuerst mag diese zerkartig niemand kann keine zwei zäune schießen okay die sind die farbe gefällt mir nicht mach ich die dicke einfach so kein großer unterschied aber auch egal nein so ich muss jetzt noch mal nachsehen ich bin jetzt hier in die richtung also hier muss ich irgendwo raus gut gut zu wissen und hier hätte ich am liebsten noch mal das hin geht und so ja ich denke so sieht es gar nicht mal so schlecht aus ich gucke mal von unten ich werde jetzt erstmal auch mal kurz ja warte kurz mach noch ein loch ja ich fände es nicht schlecht guck mal bei dir okay es ist okay das muss doch irgendwo hier muss ich dann noch hoch gut zum wissen ich hab jetzt eigentlich nur mein keller gebaut darf ich da rein wo rein den keller ist ja erstmal nur die treppe ja dann wo ist denn der guglial der mysterie ey ich gehe mal zu dir nachsehen wie das aussieht so da rein nein du hast einen unteren boden benutzt okay das habe ich gar nicht gemerkt ist gar nicht so schlecht hast du schon in deinen keller reingesehen nein dann sind wir lieber nicht rein was du hast leicht ich mach das weg 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 wieso es ist schön wenn man so etwas macht doch sieh doch her schau der hat seinen Kopf verloren sieh schau ein kopfloser Reiter so alles klar das witzige ist die kosten glaube ich nicht mal so viel und mach ich auf jeden Fall die Farm für diese Büsche und ja ich würde einfach mal sagen wir beenden oder ja wir sind jetzt bei 21 und 21 und halb Minuten okay das werden wir das Rohmaterial werden wir hochladen ähm ich wundern warum es nicht geschnitten ist und ja dann würden wir beide wohl sagen wir beenden es bis dahin bis zum nächsten Mal ciao guti Vielen Dank.